Ich konnte es jetzt nicht mehr aushalten, ich musste es einfach auspacken und ich habe auch die Zeit, da jetzt ein Video zu drehen. Ich habe echt dran gedacht. Oh, wie viel lecker! Auch wieder so schönes Papier, ne? Auf, ne? Ich lieb's. Ich lieb's. Obelett. Ja, ein Geblas. Ein Geblas. Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Seid alle herzlich gegrüßt. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute habe ich ein spezielles Video für euch. Ihr könnt es schon sehen, ich habe ein Paket bekommen. Und zwar machen wir einmal im Jahr ein Tauschpaket. Die liebe Katrin und ich machen jedes Jahr ein Trauschpaket. Dieses Jahr ist es leider ein bisschen später geworden. Sonst haben wir das immer so im Sommer oder im Herbst geschafft. Und dieses Jahr ist es halt, nein, ja, eigentlich ist das letztes Jahr, es ist schon letztes Jahr angekommen. Aber ich öffne das Jahr 2024. Am 2. Januar. Ja, genau, die liebe Katrin. Sie hat einen super Kanal. Sie schminkt sich sehr gerne und zeigt super tolle Kosmetikprodukte und Schminkis und Glitze hier und Glitze da. Und ja, ich schaue ihr gerne zu. Und sie ist einfach so ein total lieber Mensch. Und ich mag sie sehr, sehr gerne und kenne sie jetzt mittlerweile schon, ich glaube, bald vier Jahre. Von Anfang an, von YouTube. Und da ist sie auch ein bisschen später angefangen mit YouTube. Und ja, wir finden es einfach toll, uns jedes Jahr ein Paket zu schicken. Dann kann es ja auch sein, weil dieses Jahr machen wir ja wieder eins, dass ich dann zwei in diesem Jahr habe. Passiert. Dann ist nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall hat dieses Paket schon länger bei uns gestanden. Ich glaube, Mitte Dezember oder so ist das auf jeden Fall schon angekommen. Ich konnte es jetzt nicht mehr aushalten. Ich musste es einfach auspacken. Und ich habe auch die Zeit, da jetzt ein Video zu drehen. Also, wenn ihr wissen wollt, was in diesem Paket drin ist, bleibt unbedingt dran. Und die liebe Katrin habe ich euch unten verlinkt, wie immer. Genau. Schaut mal gerne bei ihr vorbei. Sie ist so eine süße, süße, süße Person. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen Lippenstift drauf getan, weil ich dachte, das passt einfach. Ja. Gut. Fangen wir mal an. Ja. Wer hat das Essen im Backofen brutzelt? Ich mache heute einen Moodleauflauf. Pack ich die Sachen, diese tollen Sachen. Ich sehe hier schon so ein paar Sachen. Viel naschi und einfach nur geil. So. Dann lesen wir mal. Die liebe Katrin hat mir auch wieder eine Karte oder beziehungsweise ein Briechen hinterlassen. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude beim Auspacken. Das werde ich haben. Ich hoffe, meine Auswahl gefällt dir. Lasst es euch schmecken. Und ich bin mir sicher, mir sicher, es sind ein paar Leckereien dabei, die dich an Deutschland erinnern. Oh, das ist süß. Katrin. Oh. Da bin ich ja mal gefangen. Also, was mir hier so entgegenkommt, Penny. Penny guckt auch gerade mit zu. Aua. So Nüsse mit so einem Häschen oder so. Unsere Maus. Ach, eine Maus. Maus Mia sammelt die besten Erdnüsse. Oh, das ist ja süß. Oh, das ist ja süß. Mega. Oh, da kann ich essen. Nüsse essen bei Wärme. So, Penny. Komm her. Ich hebe dich einmal hoch. Kannst du einmal gucken? So. So. Oh, ganz gut. Ja, ganz gut. Oh, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Ja. Genau, was mir noch entgegenkommt. Hier sind so kleine Lollis. Da, nein, nicht für Penny. Aua. Aua. Die steht die ganze Zeit hier am kleinen Bein. Also, kleine Lollis mit Orange, Apfel und so. So was. Das ist echt mega. Und kleine Schokobons. Die nehme ich jetzt auch schon mal raus. Oh, lecker Schokobons. Dann so Pralinchen. Also da, ich habe noch einmal das so gemacht. Und die haben die auch raus. So kleine Drei, die sind ja auch alle. Genau, was erinnert mich so an Deutschland? Natürlich gebrannte Mandeln. Das ist mega. Ah, gebraten. Gebrannte Mandeln. Gebraten, sondern. Nicht gebraten, sondern gebrannte Mandeln. Das ist mega. Das ist mega. Die kann man auch jetzt noch ganz gut genießen. Und alles so schön eingebratet. Oh, Katrin. Oh, Katjes. Das ist Happy New Year. Peace, love. Sweet Xmas. Oh. Da weiß ich, wo die schon hinwandern. Zum Kind. 2024. Oh, das ist ja mega. Dankeschön, Dankeschön. Wille Naschis. Naschi, 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 Naschi. Benni wird hier schon verrückt. Äh, Keterkart. Oh, cool. Ein Weihnachtsmann mit Spekulatius. Das kann man jetzt immer noch ganz, ganz genießen. Wir werden es essen. Ich werde es noch essen und genießen. Noch geht's. So. Ähm. Weihnachts, äh, Eiskonfekt. Oh, das ist was für Thomas. Oh, mit so kleinen Täfelchen. Oh, wie lecker ist das denn bitte. Ich muss das gleich verstecken, weil sonst werde ich da nichts von abkriegen. Wie immer. So, da fange ich mal mit dem ersten Paket an. Auszupacken. Und zwar, äh, ist es so mit Weihnachtspapier, so ein schwarzes mit Gold. Das ist ja genau mein Ding, ne? Also, Katrin weiß schon, was mir gefällt. Eine goldene Schnur. Benni, das ist nur eine Schnur. So, was haben wir hier? Ah, aber und May. Okay. Kenn ich gar nicht. Sind das Duftkerzen? Duftkerzen, Benni? Ja, ist eine Duftkerze. Oh, geilo. Mh, mh. Willst du auch mal riechen? Der Penny mit des Antelecken. So eine Duftkerze mit so einer tollen Verpackung. Ich packe es mal wieder rein, damit der Duft schön, schön bleibt. So, was haben wir hier? Hier gibt es noch so ein Säckchen. Oh ja, jetzt riecht ich ganz oft. Das war so gut, das hast du auch gut gemacht. Katrin! Mach ich gleich. Aber ich lasse jetzt vergessen. Also, lass es noch drin. Okay, nächste. Das ist auch so ein schönes Weihnachtspapier. Und man mag das gar nicht aufreißen. Aber, ja, mach ich jetzt einfach. Ich mag nicht aufreißen. Weil ich weiß ja, wie viel Arbeit das kostet, ja? Einzuschaffen. So, was hat sich da denn schön freigestellt? Glamour Moments, ähm, entdecke unser Dear One mit dem Duft von schwarzer Orchideen. Oh, wie geil ist das? Oh, ist das mega geil. Ist das mega geil. Ah, jetzt riecht das alles hier. Also, ich zeige es nochmal in die Kamera mit schwarzen Orchideen. Es riecht mega geil. Es riecht echt geil. Also, die Katrin weiß schon was. Mir gefällt. Ah, oh mein Gott. Ich habe gerade was gesehen. Aber nein. Äh, oi, oi, oi. Wollen wir mal so schön? Ha, ha. Beefy. Ich habe gesagt, ey, wir waren in Deutschland. Wenn du das Paket noch nicht fertig gemacht hast, äh, pack doch ein bisschen Beefy da mit rein. Und sie hat echt dran gedacht. Oh, Beefy. Lecker. Ha, ha, ha. Ich liebe Beefy. Ach, ist das lecker. Da können wir wieder schlemmen. Schlemmen, schlemmen. Oh, dieses Bump, das ist ja der Hammer. Das behalte ich. Das behalte ich. Und auch das Geschenkverkehr ist schön. Und das ist echt zu schade, um das aufzurücken. Ja, sie weiß genau, wie sie mich kennen kann. Und ich hoffe, ich habe bei dir auch alles schöne Sachen reingesamt. Aber ich denke schon. Oh, Penny. Nivea. Oh, das brauche ich jetzt. Ey, das brauche ich. Guckt mal, Nivea. Zum Eincreme. Ach, ist das geil. Ist das geil. Das ist erst mal gerettet. Das ist ein Jahr gerettet. Äh, denn ich nehme immer nicht so viel. Ach, ich wollte es gar nicht ruhig weiter auspacken, weil ich packe es mal klein. Steht so, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ah ja, ist Schokolade. Ist Schokolade. Yummy, yummy. Kaffee-Knusper. Oh, ist wieder da. Von Dritter Sport. Kaffee-Knusper. Kenne ich gar nicht, diese Sorte. Ist die neu? Und ist eigentlich noch lange haltbar. Also, da kann man uns Zeit lassen mit dem Schlemmen. Auch wieder so schönes Papier, ne? In schwarz. Also, es sind drei verschiedene Papiersorten an Geschenkpapier. Das ist mir. Ah, was kommt da? Zum Vorschein. Okay. Kaiserschmarrn. Ohne Rosinen. Das, da würde sich Thomas freuen. Der mag nämlich keine Rosinen. Penny, was ist das? Penny steht hier und ist, ah, ich möchte auch was haben. Ah, ich glaube, die weiß das schon, ne? Dass manche ja auch was reinfunden dann für die Penny. Aber das meine ich. Oh, also bis jetzt noch nicht. Okay, Oreo. Waffle Roll. Okay. Also, von Oreo sind das so Rollchen. Das kenne ich auch noch nicht. Hm, das ist ja auch wieder was ganz Neues. Das haben wir hier alles nicht. Das sind so wie Rollen, fühlt sich das an. Auch mit Ho-Ho-Ho wieder. Alexander, wie lange geht der Timer noch? Du hast 8 Minuten und 50 Sekunden verbleibend auf deine 30 Minuten lang. Okay, von Kneipp, Magnesium, Calcium und Vitamin D3. Das habe ich mir gewünscht. Ich habe gesagt, ey, komm, wenn du das bei Rossmann oder bei DM siehst, bring bitte, steck das mit rein und pack das mit rein, weil, ja, ich finde das gut. Also, ich nehme das zwischendurch immer, wenn ich so Badenkrämpfe habe. Ähm, da hilft mir das sehr, sehr gut. Also, Dankeschön. Ich freue mich. Okay, nächste. Aber ich will gar nicht so schnell auspacken, weil es macht so viel Spaß. Da habe ich gar keine Ahnung. Ah. Das kann man ja auch immer brauchen. Oh, Archideen-Vanille. Ja, oi, 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 ist das lecker. Gleich aus hier. Ah, lecker. Also, Orchideen-Creme-Dusche. Isana. Mega. Ja, und dann war da noch so eine Tuchmaske. Glättend, intensiv, Feuchtigkeit, spendend, Mandel-Extrakt, Öaluron und jeder Hauttyp von Rossmann. Mit einem süßen Elch. Oder, ja, mega süß. Da weiß ich, wer das schon wieder sich einverneint. Alles schnell verstecken gleich. Oh, Penny, das ist so spannend. Hier wieder mit Ho, Ho, Ho. Oh, Katrin, du hast alles so schön eingepackt. Jetzt kommt es aber. Haha, jetzt kommt die Zicke. Was haben wir hier? Zwiebel-Sahnehähnchen von Maggi. Oh, wie geil. Da können wir wieder schleppen. So, dann gibt es Paprika-Rahmschnitzel. Dann gibt es Kräuter-Rahmschnitzel. Das habe ich gestern gemacht, habe ich nämlich gekauft aus Deutschland. Schön, dass ich das nochmal habe. Pfeffer-Rahm-Geschnitzeltes. Das wird Thomas freuen. Obwohl, man kann das ja alles selber machen. Mache ich ja auch. Aber ab und zu mal Maggi, wenn es schnell gehen soll. Kartoffel-Kartan haben wir schon ewig nicht mehr gegessen. Mega geil. Danke, danke, danke. Ich freue mich. Ich gehe mal hier und es ist so weit gespannt, was ich hier mache. Ui, ui, guck mal. Das mag ich ja auch sehr gerne. Hat ordentlich Kirmgekleb. Ach, ne, gebunden. Okay. Mit so einem schönen roten Glitzerband. Och. Magnolie, dusch das. Das kann man ja auch immer gut gebrauchen. Und ja, ich hebe mir das immer auf. Ich lieb's. Ich lieb's. So, ich würde sagen, wir essen erst mal und dann packe ich weiter aus. Ja, ich habe das jetzt aus dem Karton rausgenommen und packe jetzt noch weiter eins nach dem anderen aus. So, jetzt packen wir mal weiter aus, Penny. Oh, oh. Ah, Felserbratwurst. Okay, das ist ja mega. Felserbratwurst. Lecker. Wurst. Immer. Also, wusstest du immer gut, ne? Ja. Ah, wie lecker. Mini-Snake mit Käse. Oh, die möchten wir alle so gerne. Lecker, 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 lecker. Mini-Salami. Oh, jetzt krieg ich doch was, noch was Geiliges. Ähm, Kartoffelknödel, halb und halb. Mhh, lecker, damit uns die Knödel auch nicht ausgehen. Ich habe ja von Kerstin und Ronny richtig viele Knödel bekommen letztes Mal. Und da hatten wir uns auch welche mitgenommen. Deswegen haben wir jetzt einige im Vorrat, aber Gott sei Dank haben wir welche. Mhh, Mhh, Mhh. Mhh, Mhh. Mhh, Mhh. Mhh, Mhh. Mhh, Mhh. Ah, und mit der Femme. Mhh. Also wir haben hier einmal Original-Pudding mit Sahne-Geschmack. Das mögen wir auch sehr. Dann einmal Bonbon Vanille. auch von Dr. Oetker und das wird Kindfreuen mit Schokolade auch sehr lecker yummy, bis jetzt hast du voll unseren Geschmack getroffen Katrin hier sind wir schon Oh mein Gott die sind ja schön Merry Christmas die kommen dann nächstes Jahr zum Einsatz das ist ja schön oh wie süß und da drin war noch Manhattan Puder das mag ich auch sehr vielen, vielen Dank und dann sogar die neuen mega ein paar Bettchen habe ich ja noch oh noch mehr mag ich auch wie schön oh wie süß du bist so eine süße Maus vielen Dank also wir haben hier Rinder Suppe Rindfleisch Suppe von Maggi und dann Schinken Hackbräuchchen oh wie geil Schinken Hackbräuchchen und Nudelschinken und Nudelschinken noch zweimal wie geil ist das denn mega mega ich freue mich so jetzt können wir schön spülen wir freuen uns sehr darüber vielen, vielen Dank oh mein Gott ich habe mir gedacht ich habe mir gedacht oh Magklöschchen da hätte ich ja voll Bock drauf eine Suppe rein oder so und jetzt hast du sie reingelegt ich glaube es nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was ich sagen soll du kannst Gedanken lesen oder so voll genial von Leimer Magklöschchen oh wie lecker sind die denn bitte mhm da muss man wieder Suppe essen mega so jetzt habe ich hier noch vier Stück oh das Glitzerpapier das ist ja auch so der Hammer oh du bist so süß Schatzi oh was gibt es hier noch ah eine Haarmaske bestimmt oder Creme Peeling nee das ist eine normale Creme ja für ein gepflegtes Hautgefühl ist so eine Creme von Isana bin ich mal gespannt ja die werde ich auch ausprobieren definitiv also da bin ich gespannt wenn die mir nicht vorher weggeschnappt worden ist so machen wir das noch auf oh ich kann schon lang so weiter aufpacken oh oh wie cool Spirit das ist mega oh ich liebe das das riecht so gut das riecht so gut muss mir wegstellen und aufheben oh vielen vielen Dank ich freue mich gerade so mega oh schön ich mag das so oh also alles richtig toll alles richtig toll alles richtig toll aha eine riesen für trockene Haut und strapazierte Haut von Isana Bodycreme okay eine riesen Bodycreme von Rossmann mega habe ich auch noch nie gesehen kenne ich gar nicht vielleicht kennt ihr die ja mega das ist toll dann hat er ihn gepackt oh oh jetzt kommt's aah aah es ist schön so dann gab es in diesem Säcklein oder gibt es äh gibt es so ja Lidschatten von London Lottie London kenne ich nicht so diese Farbe ich denke dass das Lidschatten ist oder dann haben wir hier nochmal von Lottie ist auch noch zu ähm auch irgendwas ich weiß nicht was ready ready set das glitzert so ich kann es nicht lesen ich brauche auch eine Brille Setting Puder ach Setting Puder alles klar mega das ist ja mega cool ist so in weiß weiß glitzer glaube ich ob ich das sehen kann aber das mag ich und dann gibt es noch Magic Volumen Lippenbalsam Volumen okay ja mega da weiß ich schon wer sich das fallen wird ähm und hier gibt es noch einen chocolate ja ein Lipploss ein Lipploss ach gut mögen wir mögen wir mögen wir mögen wir und dann habe ich hier noch gestimmt für Wimpern ah ja mit so einer kleinen Bürste auch das ist von Clinique keine Ahnung ich kann es nicht aussprengen ich kenne es auch nicht cool ja kann man ja immer gebrauchen ne Handcreme okay da gibt es noch so eine schöne Handcreme ja das ist mega ich zeige euch erst mal gleich noch alles zusammen liebe Katrin vielen vielen Dank also das hast du super gut ausgesucht und lecker schmecker und voll unseren Geschmack getroffen auch die Goodies die ich mir gewünscht habe hast du mit eingepackt vielen 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 Dank das ist so lieb von dir und hast ja viel Mühe gemacht und alles so schön eingepackt und ja also ich liebe deine Pakete ich freue mich jedes mal riesig wie ein kleines Kind wenn die bei uns ankommen und ich die auspacken darf und wie gesagt ich konnte es nicht mehr aushalten ich habe schon jetzt ausgepackt ich hoffe euch hat das Video gefallen und lasst dem Video gerne ein Däumchen da tausend Dank liebe Katrin dafür du bist so eine süße Maus und gibst dir immer so viel Mühe und so viel hast du eingepackt ich freue mich riesig also wir bedanken uns vom tiefsten Herzen und sehen das auch nicht als selbstverständlich an dass du das auch machst für uns und uns die Goodies nach Irland schickst genau vielen vielen Dank und ja ich hoffe euch hat das Video gefallen lasst dem Video gerne ein Däumchen da und einen netten Kommentar und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt holt das ganz schnell nach ich würde mich mega freuen also ich zeige euch jetzt gleich noch die gesamte also alles was drin war dass ihr nochmal so einen Überblick habt und dann wird geschlemmt also tschüss meine Lieben bye bye Untertitelung des ZDF, 2020